1. Kapitel 4. Mischna Ra'a et ha'metziya ve'nafal alea uva'acher ve'hechzigba z'esche hechzigba z'achaba Wenn jemand einen Fund sieht und sich auf ihn wirft, ein anderer aber kommt und ergreift den Fund, so hat der, welcher ihn ergriffen hat, ihn als Eigentum erworben. Hier stellt sich die folgende Frage. Die Person, die sich auf den Gegenstand geworfen hat, warum erwirbt sie ihn nicht? Wir werden später lernen, dass es unterschiedliche Arten des Erwerbens von Gegenständen gibt. Jedoch gehört das Liegen auf Gegenständen nicht zur Art des Erwerbens. Andererseits gibt es eine rabbinische Anordnung, die besagt, Herrenlose Gegenstände, die sich im Umkreis von 4 Amot, das sind 2 Meter, um eine Person befinden, werden von dieser Person erworben. Das heißt, wenn ein Gegenstand innerhalb von 4 Amot sich in meinem Umkreis befindet, dann erwerbe ich ihn, den Gegenstand, automatisch. Was hat also die Person falsch gemacht, als sie sich auf den Gegenstand geworfen hat? Die Sache ist so. Diese rabbinische Anordnung gilt auf kleinen Straßen oder in Winkelgassen, aber nicht auf dem Feld oder auf großen Straßen. So müssen wir den Fall in unserer Mischna so erklären, dass er sich auf dem Feld zugetragen hat. Ein anderer Fall Sieht jemand die Leute hinter einem Fund herlaufen, und zwar hinter einem gebrochenen Hirsch, hinter Tauben, die nicht fliegen können, und er sagt, Mein Feld hat für mich das Eigentumsrecht daran erworben. So hat es für ihn das Eigentumsrecht erworben. Hier haben wir einen interessanten Fall. Eine Person steht auf seinem Feld. Auf dem Feld liegen Tauben, die nicht fliegen können, oder andere Gegenstände, die sich nicht bewegen. Dann taucht plötzlich eine Herde von Menschen wie aus dem Nichts auf, und sie laufen auf die Tauben zu, mit der Absicht, die Tauben sich zu schnappen. Die Person schaut sich das Theater eine Weile an, und bevor einer aus der Menschenmenge die Tauben ergreifen kann, sagt die Person, Mein Feld hat für mich das Eigentumsrecht daran erworben. Wir lernen daraus, dass das Feld für den Besitzer Objekte erwerben kann. Dies gilt aber nur im Fall, wenn die Objekte sich nicht bewegen können. Oder sie können sich bewegen, aber in so einem Tempo, dass der Besitzer des Feldes sie leicht erreichen kann. Falls sie sich schnell bewegen, sagt die Mischna, Konnte aber der Hirsch wie gewöhnlich laufen, oder waren die Taube Flüge, und er sagt, Mein Feld hat für mich das Eigentumsrecht daran erworben, so hat er damit nichts gesagt. Der Besitzer des Feldes hätte den Hirsch oder die Tauben nie einfangen können. Und deshalb gilt sein Ausruf, Mein Feld hat für mich das Eigentumsrecht daran erworben, nicht.